Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer Woche Top 5 Clips auf Dory. Wir haben diese Woche wieder sehr coole Clips und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Auf Platz Nummer 5 haben wir cooler Jani, er macht hier ein 3 vs 4 gegen Eskalation und holt hier noch auf jeden Fall ein sehr geiler Clip. Platz Nummer 4 geht an Nesquad, er holt eine WP im Fernsehweg, finde ich diesen Clip richtig cool, auf jeden Fall gönnt euch. WP. Beide 10, 10 beide. Er ist auf. Beide down, alle down. Platz Nummer 3 geht an How to Push, ich würde einfach mal sagen, es ist ein Clip mit Stimme, deswegen schaut ihn euch an, ich werde da nicht viel mehr kommentieren. Ich weiß es wenigstens nicht. Ich muss noch ein kleines Pro Mercedes abGS, aber nochmal dann ein bisschen Sieg zusammenifestigen. Ich weiß es auch nicht ganz gut, aber ich werde darüber nachdenken. Ich möchte euch noch einen Aus assuren dich sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sehen hier im Clip, sie haben kein Bett mehr Und was das Geile an diesem Clip ist, dass sie es noch schaffen, die Gegner zu holen Und ich würde einfach mal sagen, viel Spaß Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und viel Spaß Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So Leute, das war es mit einer weiteren Woche Top 5 Clips of the Week Ich hoffe, diese Woche hat euch gefallen und wie gesagt, Link in der Beschreibung, da könnt ihr neue Clips einsenden für nächste Woche Und ich würde sagen, wir sehen uns bis dahin am Sonntag wieder zu Top 5 Fails of the Week Und dann am Vater wieder bei einer neuen Folge Top 5 Clips of the Week Haut rein Leute, ciao Platz Nummer 4 Platz Nummer 4 geht an, Nesquad erholt eine WP im Fernseher Einfach mal sagen, es ist nicht Clip mit Stimme, deswegen schaut ihn euch an, ich werde da nicht viel mehr kommentieren Ich weiß es wirklich nicht Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer Woche Top 5 Clips of the Week Wir haben diese Woche wieder sehr coole Clips und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video Ich stand on top of mountains Auf Platz Nummer 5 haben wir cooler Yanni Er macht hier ein 3 vs 4 gegen Eskalation und holt hier noch auf jeden Fall ein sehr geiler Clip 啦 Lot 5 Und da oben Oli, Oli, Oli Platz Nummer 2 geht an ein Felix, wir sehen hier im Clip, sie haben kein Bett mehr und was ist geil in diesem Clip ist, dass sie es noch schaffen, die Gegner zu holen und ich würde einfach mal sagen, viel Spaß. Untertitelung. BR 2018 Ja. I've been walking a thousand miles, the only thing on my mind is your name, giving me hope in a time where I'm hopeless and I can't believe that you took that away. Lately conflicted, I'm addicted to these games we just play, cause no matter how big your wardrobe, it just seems you won't change. And it's round around, we go, you live in your life, but it's only a show, you're hitting the parties, you're hitting that drill, but it's only me that I truly know. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020